Übungen Komm mit mir, lass uns Deutsch üben. Mein Bruder wäscht mein Auto. Meine Schwester kennt deinen Opa. Unsere Brüder sehen meinen Opa. Ihre Mutter kommen heute. Er nimmt meine Taschen. Er ist dein Brot. Wir kennen unsere Lehrerin. Euer Vater hat meines Auto. Seine Autos sind in der Garage. Danke fürs Zuschauen. Sei Teil dieses Teams, abonniert meinen Kanal und lasst ein Like da. Abissi Deutschland sagt Danke! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.